Sieben Teilnehmer, sieben Gegenstände, keine Lebensmittel und das sieben Tage in der Wildnis Schwedens. Das ist Seven vs. Wild, das neueste Projekt von YouTuber Fritz Meinecke. Und das ist fast besser als so manche Netflix-Serie, loben jedenfalls die Zuschauer. Warum? Weil es echt ist, weil es keine Kamerateams gibt, keiner reicht irgendwelche Lebensmittel. Und jetzt das in einer Sequenz eines Videos auf dem Kanal von Fritz Meinecke, da hört man Hintergrundstimmen. Und das kann ja eigentlich nicht sein, wenn man wirklich in der Wildnis ist, kann ja nicht noch im Hintergrund irgendjemand rumspoken. Dem wollen wir uns gleich mal genauer widmen. Außerdem sagt Fritz Meinecke etwas zu seinen Autoführerschein-Konflikten. Ihr wisst, es gab ein angeblich illegales Straßenrennen in Köln. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Beides hier in diesem Video. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Fritz Meinecke, den kennen viele von euch als Outdoor-Lost-Places-Survival-Youtuber. Der hatte 800.000 Abos im Jahr 2020, hat die jetzt verdoppelt. Nicht zuletzt aufgrund dieses, ja muss man sagen, genialen Projektes Seven vs. Wild. Seven vs. Wild, da geht es eben darum, dass YouTuber allein in der Wildnis Schwedens ausgesetzt sind. Das sind alles relativ bekannte YouTuber, die haben sieben Gegenstände und müssen gewisse Challenges bestreiten. Survival-Martin oder Fabio Schäfer ist dabei. Und ansonsten gibt es als zusätzliche Equipments nur eine Kamera oder Kamera-Equipment, um sich selber filmen zu können. Ein verplombtes Erste-Hilfe-Set, äh ne, ein Erste-Hilfe-Set mit einem verplombten Handy und einem GPS-Tracker. Und ich habe unter anderem mal die erste Folge geguckt. Und da ist irgendein, ich weiß nicht mehr genau wem, ein Baum auf den Kopf gefallen, fing an zu bluten. Und ja, er wusste jetzt nicht, er hat die Blutung nicht gestoppt bekommen mit dem Erste-Hilfe-Set. Und ja, hat dann eben das verplombte Handy, hat die Plombe aufgemacht, jemanden gerufen und dann ist er quasi gerettet worden. Das macht natürlich den Thrill der ganzen Geschichte aus. Dem Gewinner, dem winken am Ende 10.000 Euro und das Ganze wird aber eine Spende werden. Jetzt allerdings die große Frage, alles nur Fake, in der fünften Folge sind nämlich Stimmen im Hintergrund zu sehen. Und diese fünfte, zu höherer zu sehen, natürlich nicht. Und diese fünfte Folge, die immerhin auch 3,8 Millionen Zuschauer hatte, die schauen wir uns hier mal rein, beziehungsweise nur die Sequenz. Und ihr müsst schon ganz genau hinhören, um diese Stimmen dort zu hören. Wir gucken mal, wo wir starten. Die Stimmen sind bei 5,10 zu hören. Also noch sieben Sekunden, sechs Sekunden noch. Oh yes. Also ganz kurz, ganz knapp. Vielleicht mache ich das nochmal, damit ihr das nochmal nachvollziehen könnt. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Also bei 5,10. Wenn ihr unten 5,10 etwa seht, dann hört ihr gleich die Stimmen. Oh yes. Also war relativ deutlich zu hören. Also leise, aber relativ deutlich. Und da stellt man sich natürlich die Frage, okay, ist das hier alles nur Fake? Sind die gar nicht in der Wildnis? Filmen Sie sich nicht selbst? Ist da möglicherweise doch noch ein Kameratim dabei? Oder rennt da immer jemand mit? Wie können da in der Wildnis Schwedens noch irgendwelche Stimmen sein? Und manche Fans haben natürlich hier Fake vermutet. Aber die Stimmen, da sagt man in den Kommentaren, man hört Stimmen. Ich finde das Projekt aber trotzdem mega cool. Bin schon auf die nächste Folge gespannt. Und jetzt die Antwort, Fritz hat im Stream erklärt, dass es sich dabei um den Fehler eines Cutters handelt. Eine hinzugefügte atmosphärische Tonspur enthielt versehentlich Stimmen des Teams. Also genau das ist passiert. Ein Cutter hat das Ganze noch spannender machen wollen. So ein bisschen Waldrauschen. Vielleicht war da nicht so viel Waldrauschen. Und dabei sind die Stimmen mit drauf gekommen. Die Frage ist allerdings, was wäre, wenn das wirklich jetzt alles Fake wäre? Könnte man Fritz Meinecke irgendwie drankriegen? Rechtlich, weil er Seven vs. Wild gefakt hat? Naja, bei einer Fake-Show, das muss man direkt sagen, handelt es sich weder um Betrug noch um irgendeinen sonstigen Straftatbestand. Juristisch muss Fritz Meinecke hier gar nichts befürchten. Es ist egal, ob es sich bei einer angeblichen Reality-Show um Reality, also Wahrheit, oder um Fake handelt, sofern er nicht die Rechte anderer Menschen irgendwie verletzt, kann man da gar nichts machen. Also die Rechte der Teilnehmer, insbesondere die Rechte der Zuschauer, die jetzt sich getäuscht fühlen würden, wenn es Fake wäre, die zählen hier nicht. Und es gibt Beispiele dafür, für andere, die das schon mal gemacht haben. Ratteratteratter, wer fällt euch da ein? Naja, die Faker schlechthin sind Joko und Klaas. Die haben zugegeben, einige Szenen ihrer bekannten Show Duell um die Welt gefakt zu haben oder Klaas in Late Night Berlin nachgestellt zu haben. Und ich meine, dass auch auf ihrem YouTube-Kanal so einiges nachgestellt worden ist, was vorher für Rohre gesorgt hat. Ich meine, es gab da diese Aktion von Joko und Klaas, wo sie irgendeinen Fahrraddieb erwischen wollten, mit einem Trompeter vorbeikamen und einem Orchester und was weiß ich, nicht alles, aber das war angeblich ja auch alles irgendwie gefakt. Also viele Sachen, die da nachgestellt haben, waren nicht echt. Und es ist so, dass Klaas Heuer Umlauf, den dritten Platz in der Kategorie Wahl des Journalisten für das Jahr 2019, wieder aberkannt worden ist. Also das war die Konsequenz. Er hat was gefakt und dann ist ihm eine gewisse Anerkennung wieder aberkannt worden. Ansonsten ist da aber nicht viel passiert. Ich persönlich glaube nicht, dass Seven vs. Wild in irgendeiner Weise fake ist. Das Projekt ist in meinen Augen dafür viel zu professionell aufgezogen. Ich kann es aber auch jetzt nicht von außen irgendwie sagen, das klingt mir alles clever, was Fritz Meinecke da als Begründung sagt. Aber im Leben gibt es ja immer Befürworter und Gegner. Aber was ich auch noch ganz spannend fand, neben den Fake-Vorwürfen zu Fritz Meineckes Show, gibt es jetzt auch noch eine ganz andere Baustelle, die aber gar nichts mit Seven vs. Wild zu tun hat für Fritz Meinecke. Nämlich ein illegales Autorennen, was vor rund sieben Monaten hier in Köln stattgefunden hat. Habe ich damals auch drüber berichtet. Worum ging es? Fritz Meinecke mit seinem Kumpel Martin, die waren in Köln, standen an der Ampel auf der linken Spur. Rechts neben ihnen stand jemand und sie wollten nach rechts rüber. Sehen das? Wollten den hier, der rechts stand, abhängen und geben also Gas, um nach vorne rüber zu fahren. Allerdings gibt der rechts auch Gas. Und der, der rechts war, das kam nachher raus, war auch ein YouTuber, tut aber jetzt erstmal nichts weiter zur Sache. Der dachte, Fritz Meinecke wollte sich hinter ihm einordnen und gibt deswegen Gas. Na jedenfalls, Fritz Meinecke zieht rum, also beschleunigen beide ein bisschen parallel, der rechte lässt sich wieder zurückfahren. Fritz Meinecke zieht rum und biegt dann nach rechts ab. Und zwar schon nach 50 Metern. So schnell ist das alles passiert. Und er biegt rechts ab und das Blaulicht geht an. Das Blaulicht geht an und jetzt gab es eine Q&A. Und Fritz Meinecke hat sich geäußert dazu, wie es denn um seinen Führerschein steht. Und das wollen wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Wie läuft es mit dem Führerschein? Führerschein. Wie läuft es mit dem Führerschein? Ich habe eine neue Info. Und ich sage mal so, das Ganze wird jetzt tatsächlich vor Gericht gehen. Das Ganze ist jetzt vier Monate her, 1. Mai. Genau heute auf den Tag, Freunde. Heute auf den Tag. Von Uhrzeit noch nicht ganz passend, erst heute Abend. Heute Abend um, keine Ahnung, 20, 21 Uhr ist das Ganze genau vier Monate her. Ich habe jetzt auf jeden Fall Post nochmal bekommen in den letzten Tagen, dass das Ganze vor Gericht gehen wird. Ich will mich da gar nicht grob zu äußern, weil ich da auch keine Meinung mehr zu habe. Die machen eh, was sie wollen. Ich bin da eh der kleine Larry, der nichts zu sagen hat. Die sollen mir sagen, was Phase ist. Ich kann ihnen noch tausendmal sagen, wie es war. Ihr wisst es selber. Es war ein Überholvorgang meinerseits. Sehen andere Leute anders. Ist auch okay. Was heißt es okay? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Mir ist es mittlerweile zu doof. Also, ihm ist zu doof. Dann gucken wir uns das an. Ich habe jetzt auch herausgefunden, welcher andere YouTuber das war. Niek heißt der. Und der sagt tatsächlich auch schon aus, naja, ich dachte, dass der Fritz Meineke sich hinten einordnen wollte. Deswegen habe ich Gas gegeben. Deswegen bin ich nach vorne gezogen und dachte, er geht dahinter. Plötzlich entdecke ich, nee, der will ja rüber. Dann lasse ich mich zurückfallen und fahre nach rechts. Aber was ihm hier vorgeworfen wird, dem Fritz, das ist schon nicht ohne. Wenn es da jetzt zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist das erstmal doof für ihn. Wäre immer schön, wenn man sowas vorher platt macht als Anwalt. Sein Anwalt, weiß ich nicht, vielleicht will das der Staatsanwaltschaft jetzt ja auch ein Exempel statuieren. Wenn im Straßenverkehr mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrsfreie Rücksicht sofort bewegt, um höchstmögliche Geschwindigkeit zu erzielen. Das ist sozusagen der Absatz 1 Nr. 3. Also das ist dieses Straßenrennen, ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausredet oder durchführt, als Kraftfahrzeuger einen nicht erlaubten Teil nimmt. Oder eben das ist das, sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrsrechtswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Jetzt ist es so, dieser 315d ist relativ neu im Strafgesetzbuch, deswegen gibt es nicht allzu viel Rechtsprechung dazu. Aber die Rechtsprechung, die es gibt, die legt den sehr, sehr weit aus. Dazu alles fällt unter den 315d, auch wenn ich selber mit mir selbst ein Rennen fahre, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das alles fällt unter diesen Paragraphen. Also auch da ziemlich ärgerlich und er muss jetzt zusehen, wie er da wieder wegkommt. Denn da ist es natürlich so, dass man hier bis zu mehreren Jahren ins Gefängnis kommen kann. Glaube ich jetzt bei ihm nicht. Ich gucke mal ganz kurz, was haben die hier für eine Strafe noch bis zu zwei Jahre. Zwei Jahre oder Geldstrafe bestraft. Denn tatsächlich ist es so, beide Autos haben heftig beschleunigt. Und ja, das ist erstmal objektiv klar. Und damit ist der objektive Tatbestand sicherlich, könnte verwirklicht sein von 315d. Aber jetzt geht es auch noch um subjektive Komponente. Das heißt, was wollte der Täter? Der Täter ist jetzt hier Fritz Meinecke. Und der Täter, der wollte ja eigentlich nur einen Überholvorgang abschließen, wie er sagt. Und wie auch der Niek sagt, der daneben war. Also danach muss man wirklich sagen, hatte der überhaupt keinen Tatvorsatz. Und da in dem Zusammenhang vielleicht mal noch der Hinweis. Unten in der Caption findet ihr einen Link auf den aktuellen Bußgeldkatalog. Also es wird richtig teuer im Moment. Nicht nur diese Geschwindigkeitsverstöße, auch Rotlichtverstöße und, und, und. Gibt schneller Punkte, als man gucken kann. Schaut euch den mal an, damit ihr wisst, wann es ernst wird. Für Fritz Meinecke wird es möglicherweise jetzt für Gericht ernst. Ich glaube, dass das Ganze eingestellt wird, wenn der Nachbar, der YouTuber Niek, das auch so aussagt. Kommt es nur darauf an, was den Polizisten aussagen, wie die das wahrgenommen haben. Aber erstmal erscheint mir das ja logisch. Zwei Leute beschleunigen. Der eine will aber noch rüberziehen. Dann war es nur ein Überholvorgang. Das heißt, objektiv gesehen war es dann vielleicht ein Straßenrennen. Aber subjektiv war gar kein Rennen gewollt, sondern nur ein Überholvorgang. Schauen wir, was das Gericht draus macht. Sollte das Gericht zu einer anderen Überzeugung kommen, könnten Geldstrafe theoretisch, Freiheitsstrafe, glaube ich, aber hier nicht drohen, Führerscheinentzug, MPU, also medizinisch-psychologisches Gutachten. Aber schauen wir mal, was am Ende doch bei rüberkommt. Bleibt also spannend, wie das Gericht hier entscheiden wird. Ich halte euch da natürlich über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden. Bis dahin heißes Abwarten, Tee trinken und Seven vs. Wild schauen. Oder diesen YouTube-Kanal schauen. Hat nicht ganz so viele Millionen Zuschauer. Aber wir wachsen ganz beständig. Ich bin zufrieden mit euch. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit mir. Falls ja, lasst einen Daumen und ein Abo nach oben da. Tschüss und bis bald. Und diese beiden Videos könnt ihr euch auch noch ziehen, falls da ein Interesse dran besteht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir treu. Bleibt vor allem gesund. Bis morgen. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis bald. Ich tue gut die Spassasche faz.